Musik 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 von Israël einen Satz-Selham hat diese die Tür und hat Mekke er hat er hat sie zäkera und hat er hat die nach hat er hat eine Gute er hat das ist Er war er Er sagt, dass er nicht so gut ist, dass er nicht so gut ist. Wie soll erandan auf die Runde lebt in das Schafel geben. Je backdrops sich die Erinnerung zur Nase mit dem Arsch behandelt. In der Nähe der Nase befindet sich diese Erinnerung auf den Baha. Der Baha der Runde wird der Kantei und der Kantei verabschiedeln. Der Kantei wird das Korb auf den Kantei verabschiedeln. Das ist der Veranlage. Die Gerichte produziert einfach aber nicht mehr. Die Leute haben es erzählt, nicht mehrmals die Tutuktuke und Autopisoft. Es ist eine Sache. Die Veranlage stellt einen morgens für die Al-MWhale. Von der Al-MWhale ist der Unter 사람�er. Diese Al-MWhale ist die Al-MWhale, die weltweit im Auto-MWhale ist der Ausbildung. Die Verantwo ist die Erleitung und der Anlage Elaine. Wir leben in Al-MWhale, die wir machen, in Al-MWhale? Und wir sind eine Märzenein. Wir haben sie lange lange, weil sie sich also sehr viel über die Zeit. Der Alam war ein Jahr. Und der Alam war der Erküpfel-Ansehmigung, das ist die Erküpfel-Ansehmig, das ist die Erküpfel-Ansehmig. Und er hat sich in die Erküpfel-Ansehmig. Und er hat sich um den Erküpfel-Ansehmig. Er hat sich um die Erküpfel-Ansehmig auf den Hafer und er ist er auf den Erküpfel-Ansehmig. Das war er, was er sagte. Er hat sich um die Erküpfel-Ansehmig zu erinner. Und er war so ein Jahr. die Jum'a zu 20. hat von Ramadan. bis zum Hjön. Das war ein Räum. Sie haben eine Kuppe auf den Hjön. Die ist in der Hjön. Die ist der Barye, der gerade im Moment. Die ist der Karte von Mekabr. Sie ist in der Hjön. Die ist der Herr Schöld. Sie gab es in der Hjön. Die ist der Herr Schöld. Der Herr Körner, die ist auf dem Hjön. Die ist der Herr Schöld. Und er hat sie hier. Und dort hat er eine Kuppe, in der es um Sälfte und Mäumonah. Das sind die Zwiegte der Zwiegte, die waren mit ihm, in Fertig Mekke. Herr Sädeten, Herr Sälem, und Herr Mäumonah, die Mäumonah, von der Halmah. Er hat er etwas, dann er er bei Abou Böckchen zu beachten. Er hat er, um die Kirche zu beachten. Er hat er, um die Kirche zu beachten. Er hat er, um die Kirche zu beachten. Bis zum Beispiel, um die Kirche zu kommen. Er hat er 7 auf dem Kirche. Er hat er, um die Kirche zu beachten. Und er kommt es um einen Geiss und er geht es um die Verzehlung, er ist er. Also schückt, welten den Würren zu beurteilen, er hat sie nach ihrem Leben gebetet gebetet. Er hat sie nach ihrem Leben gebetet. Er schießt ab, er wird die Zähne wieder aufsende Begeble. Er hat ihn gebetet ab, vídeo- und schießt ab. Er hat eine große Stimme gebetet, zur Randy gebut, er hat sie über den Ruhl, nach dem Ranzen gebetet, wenn er eine Anziehung des Worten, er hat er nach der Twoven, er wird er nicht zu ζ vere. Er ist etwas schaff, zu sagen. Und dann zur Ruhl, was der Krieg ist ein paar Wachstum und spielten hat, und dann ziebten. Und auch der Krieg der Krieg auszüllen ist, der schloss in den Krieg in der Krieg, betonsten hat ihm er, wenn Költen rufe, den Wartner den Wartner auf dem Wartner um das Hatshene der Wartner den Wartner auf dem Wartner er hat er hat er hat Und er sagt, was er? Was er mit einem Lieben ist der Böse und was er verletzt. Bis zu dem Sieben, was er sagt. Der Böse ist er. Ein Erlöse und was er mit einem Lieben ist er. Und dann, was er betrifft, was er ist. Bis zum Beispiel, wir haben einen Schnellen. Und dann, wenn wir die Karten auf dem Sacken stehen, dann kam, was er bei einer Kacken. Der Böse sagte, was er sagt, was er in der Sittenfache. Dann sagt er, wenn man einen Geben hat, auf den Regeln auf den Zehren, weil er sich so auf den Zehren auf den Zehren und dann um den Zehren auf den Zehren, um den Zehren ihn zu einem die ich war, auf den Abschluss der Kjab hat, hattest er heit? Das ist er, wenn man sich nicht mehr. Und dann, der Nabi, Sallallahu Alaihi Wasallam, hat er, gebeten, einen Schlag, um die Frage zu erledigen. Das ist ein ganzes Bild. Und dann, wenn man sich das erste Mal anschaut, dann machen wir die Fähigkeit. Wir wissen, dass ihr die Fähigkeiten möchtet. Die Fähigkeit. Er hat sie gebeten. sie auf die Fähigkeiten. Und er hat sie, die Schwesten an den Hübenen. Er hat sie mit dem Hübenen abischt. Er hat sie, und eine Schraub haben. Die Schübenen, Der ist ein Mensch, der sich in der Zahmung von der Zahmung durchgelebt. Du solltest das ein Geheimnis bei Gammeln über für die Frau mit ihr und das Gewalt von der Zahmung verabschiedet. Und wenn du sie mit dem Frauen wohnst, dann wohnst du sie mit ihm zu sprechen. Und dann ist er ein Geheimnis bei der Zahmung. Dann wird dein Geheimnis verabschied. Dann wird die Frau aus dem Bindigen abgerissen. Aber der ist der Frau in der Zahmung. Das ist das der Film-Control. Das ist das der Film-Control. Wenn du siehst, riecht ihr euch mit dem Film-Control zu gehen, dann geht es um ein Folgen zu gehen. Das ist das, was du siehst. Du hast es gebetet, wenn du siehst, 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 die Schmerzen sind, wenn du siehst, den siehst du schon mal, aber sie glauben. Das ist die Veröffentlichung. Das ist das Schauzer. Wenn du nicht gewissst, schau dir das Schauzer. Schauzer bei dem Schauzer. Und wenn du Schauzer bei den Schauzer bist, dann kannst du sie auf den Schauzer auf den Schauzer. Du kannst du auf den Schauzer auf den Schauzer auf den Schauzer auf den Schauzer. Das ist alles der Schauzer. Die machen die, die ist wichtig. Sie bringt einen eigenen Schraub zu bewegen. Der Schraub hat sich auf den Schraub und erweig erweig auf den Schraub. Sie wissen, dass es eine Taufe gibt, drei Sönnen mitzuhlten. Die Schraub sind sie mitzuhlten. Was ist das? Sie müssen sie mitzuhlten, sie haben sie auf den Schraub. Sie müssen sie mitzuhlten. Die Schraub sind die andere, die mitzuhlten. Die Schraub sind sie mitzuhlten. Die Schraub sind sie mitzuhlten. Ja, das ist ja. wie es die Menschen zu einem dachet werden, der dachet wird. Die dachet wird der dachet, dass der dachet wird, und dass der dachet wird. Aber es ist der dachet. 360 Jahre lang, und der dachet wird der dachet. Der dachet wird 8 Jahre lang, und der dachet wird, und der dachet wird. Das ist nicht so wichtig. Diese Dachet wird nicht möglich. Diese Dachet wird nicht möglich. Er wurde die Dachet. Und er hat sich mit der dachet, und der dachet wird. Er hat sich mit der dachet, und er hat sich mit der dachet. ... ... ... ... ... ... Ja, glaube ich. Zahra, 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 Zahra. Zahra, Zahra, Zahra. Zahra, 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 Zahra. Zahra, 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 Zahra. Zahra, Zahra, Zahra. Zahra, 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 Zahra. Zahra, 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 Zahra. Zahra, Zahra. Zahra, Zahra. Zahra, Zahra, Zahra. Zahra, Zahra. Zahra, 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 Zahra. Zahra, 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 Zahra. Zahra, 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 Zahra. Zahra, 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 Zahra. Zahra, Zahra, Zahra. Zahra, 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 Zahra. Zahra, 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 Zahra. Das ist wirklich ein Kieb. Wir sind ein Kieb. Wir sind ein Kieb. Wir sind ein Kieb. Aber wir sind ein Kieb. Wir haben eine Kieb. Wir haben eine Kieb. Wenn du es in den Kieb. Im Kieb. Du kannst die Kieb. Das ist ein Kieb. Das ist für 3. Das ist eine Kieb. Du kannst du ein Kieb. Das ist eine Kieb. Das ist ein Kieb. Aber ich gibt drei Kieb. Die Kieb. Die Kieb. Ich habe drei Kieb. Du kannst du die Kieb. Du musst du zwei Kieb. Und ein Kieb. Das ist eine Kieb. Das ist eine Kieb. Hier sind wir es machen. Das ist eine Kieb. Das ist eine Kieb. Achtet bis zu einem EL-D.A. Look auf dem Baust. Am Tate mitzuhre? Was er nicht mitzuhren? Oder was er berätta? Kurde er noch Plaatsch gab. Sie hat es zum Lachen. Sie haben sie. Er ist unter uns selbst, oder nicht? Wir haben es unter uns sei. Sie haben uns immer wieder mitzuhren. Der Beste über ein bisschen Sein von Idorz ist. denn nun der wird im da zu in so in na na s e m we bis zum Beispiel mit einem anderen für die Schrift. Im Verkauf der Nabe von der Nache, der sie mit dem Kalauskab ist, den sie mit dem Kalauskab Al-Charlie. Und sie hat mit dem Kalauskab, der sie zu einem Verkaufel, was ist es zu einem Unterlegungen ist? Hade sie mit dem Kalauskab, was er, ist es zu einer Sitzung, wie er, was es ist, was er. in der Kantebalken Kantebalk. Erst wenn sie eine Art von Kantebalken er hat, was er hat, für sie der Kantebalken. Und die Erwachen wird in der Kantebalken auf den Kantebalken. Dann wurde es so gut und wurde er mit dem Kantebalken in die Kantebalken. Dann wurde er in den Kantebalken und wurde er mit dem Kantebalken. Der Kantebalken wurde mit dem Kantebalken. Aber das ist der Kantebalken Wo war so, was er sei denn, wenn wir es? Jetzt treffen wir uns die Beinein. Wenn wir uns so verabschieden sind, mittlerweile die Binen verbinden. Ihr könnt jetzt unsere Beinein aufgefahren werden. Wenn wir uns mit dem Beinein gestellt haben, dann machen wir es auf die Beinein. Nun wird der Beinein nicht mehr beibringen. Denn so haben wircido ein Beiste Gebäude. Das Bedeut wurde der Beinein, Pride wurde ein Bein. und wir uns auf die Macht waren, die uns zu er loi und zu verândigen, von Mabirrahim und Mabirrahim. Zwei, hier ist der Mabirrahim. Wenn man im Mabirrahim ist, im Mabirrahim ist. Ein Mabler, und ein Mabler. Seid Eibrahim ist eine Mabler, der Mabler, der Einbieder, was ist das, was wir an Verhalten, der Verhalten, die Verhalten, in der Mabler, die Schriftung. Aber die Wohde, wenn man seine Dinge hat, in der Mabler, die Mabler, nicht mehr von dem Mabler. Und wenn man ein Mabler, zu sagen, dass Menschen, wenn sie sich auf eine ein Zweihter, förmachraben, nachdem wir betonen. Wir haben wir betonen, wir betonen wir betonen zu betonen, wir betonen wir betonen wir betonen, aber wir betonen, die wir betonen, nun wohnen. Wir betonen die Menschen, wenn man die Betracht vom Bremseben, was ist gescheid. Das war kein Mensch in den Welt, aber die Wohseben. Wir betonen wir also. Er betonen wir? Wenn wir uns in der Abwechslung haben, dann haben wir uns ein Wohlbeginal. Das ist ein Wohlbeginal. Wenn wir uns in der Abwechslung haben, dann wird es ein Wohlbeginal. Das ist ein Wohlbeginal. Wir können uns nicht auf ihn leben. Dann machen wir uns das? Wir machen uns das Wohlbeginal. Und er hat er in den Kammel gebetet. Er hat er. Nicht er hat er. Er hat er. dass die 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 auch Ja, ja. Wolle dann kommt er an das Gebüchel an, in jedem Gebüchel. Was Ostdeck auf dem Gebüchel? Was haben Sie, der Gebüchel mit Gebüchel gemet? Oder ich bin Gebüchel? của Gebüchel, um proto dich schon klarer, wohan Wolle der deiner Böse. Und darum, der Gebüchel von Füchel ist. Er kommt zu Füchel, um thought, was ich verabschied ooolde. Dschüchel es nicht so viel. und deshalb, was gerade der Gebüchel waren, dass er das Freitagel ist. Er sagte, wenn ihr gefeiert, was ihr euch immer verabschiedt, sagt er, was ihr habt versucht, auf diesem Gebüchel. und er Eternal zu stürmen, aus dem Zbzm zu sein, einmal er hat er sich selbst zu tun, bis er seine Anliegen anzüren hat. Das ist erster. Die Zbzm zu sein. Sobzdem zemzm zu sein, um den Zbzm zu sein. Er hat er mir gewonnen, der er sich selbst gewinnen, und er er sich selbst zu tun. Er hat er sich selbst zu belegen. Er hat er sich selbst zu sagen, die Zbzm zu sagen. Und alle genükschen werden im 압력en. Bevor die Menschen und erst die Menschen in der Welt alle in der Welt, und alle der Menschen, den Armeer aussehen, wird dann selbst... Man hat sie, ihrenn abgen. Sobald die das K체 für die Welt erzielt. Wie immer in der Welt wird sie, wenn man die Leute in die Welt wiederholen kann. Was hat eine Dreh acabste, was in der Welt? Was macht ihr? Es wird in den Jahren noch最 Bold. Er macht die Möglichkeit etwas ganzes Wettbewerb. Fert意 uns die Schreie und nicht mehr Schraub was er macht. Aber hier ist die Läden, die die Menschen die Menschen müssen, zu erheimnis, und Gott, nicht nur für die Hülle. Der Nabi ist nicht von Ehlen der Anliegen. Der Nabi ist von Ehlen der Erfung. Er sagte, Salaam-Salaam-Salaam-Yah-Machar-Kuraysh. Was denken Sie, dass ich Sie in Ihren Fakten bin? Er sagte, Er ist ein Krim und ein Krim. So ist es jetzt ein Krim. Man kann es sagen, dass ich so wie gesagt habe. Ich habe gemacht, ich habe gemacht. Wenn ich das gemacht habe, wir haben wie wir das gemacht haben? Wenn wir, wir sind ein wärmer, wenn wir auch in uns abkerieren würden. Aber ihr seid ihr willet! Ihr seid das jetzt dein Name. Ihr seid ihr ihr bist gebetet und ihr habt ihr meine Mutter, ihr habt ihr die 될 verteidigt. Wir haben die Arbeit gemacht. Also haben wir, aber die göttliche Gebet ist. Die Gebet hat ihr, als ihr habt ihr scheinen, sie sind die Menschen, die sie bist als einem das kaum für ihr. Sie wurden eine Masse mit Israel gebetet. Die Gebet hat ihr den Gebet her. zitiere Taniye, bis nun zuren Kulob. Wir sind zuren Kulob. Aber wir schauen, dass die Nase die Nase nicht machen. Aber Herr, ihr sagt, ihr habt ihr Kulob. Dann hat ja so ein Kulob. Er sagt, ihr seid ihr? Und ihr seid ihr sagt, ihr seid? Der Tatschereb, ihr seid ihr. Ich erbte Gott, ihr ihr seid. Er erbte, ihr seid ihr, ihr seid. Er erbte, ihr seid ihr seid. Und ihr seid ihr seid. Und wenn er der Kalt und der Kalt und der Kalt und der Kalt, dann hat er die Kalt und der Kalt und der Kalt und der Kalt. Und es sei ihm, was er sei, was er sei, was er, was er, was er? Also, wenn du um Gott, wenn du Gott oder du hast, was er nicht. Aber wenn du das, was er nicht. Und wenn du Gott überhört, was er sagt, Er ist von ihm ein Verständnis und ein Verständnis und ein Verständnis und ein Verständnis. Er ist nur mit dem Hauwahl-Einau. Der Nabi ist für ein Geheimnis. Der Nabi ist für ein Geheimnis. Und dann hat er gesagt, dass er eine große Herausforderung ist. Das ist eine große Herausforderung. Das ist eine große Herausforderung. Das ist eine große Herausforderung. Aber wir werden auf jeden Fall verabschiedet werden. Er sagt, dass er in der Kirche von der Kirche ist. Die Kirche von der Kirche von der Kirche ist. Es ist die Hinsie die Gesamte, die ich nicht verließe, nicht nur den Muslim. Ich habe gewohnt, dass es nur den Muslim des Kaff taschef. Es ist eine Musikk分享, denn alle sind für die Menschen. Nun gab es keinen Sebastian zu sagen. Ich habe noch keine Dienung. Wenn man sich die Musik von der Menschen anschaut, und der Menschen aufwärtsend ist, was man auf den就到. Der Menschen aus denjenigen zu sagen. Das war über die Bildung. Ich habe eine Verlösung von den anderen Folgen. Die Geist war auch eine Hähnefläche. Das heißt, es ist nicht nur ein Ahl-Ahler, sondern es ist nicht nur ein Ahl-Ahler, sondern es ist nicht nur ein Ahl-Ahler. Das heißt, es ist nicht nur ein Ahl-Ahler. Das heißt, es ist nicht nur ein Ahl-Ahler, sondern es ist nicht nur ein Ahl-Ahler. Das heißt, es ist nicht nur ein Ahl-Ahler, sondern es ist nicht nur ein Ahl-Ahler. Das 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 ist nicht nur ein Ahler. Das ist nicht nur ein Ahl-Ahler. 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 Dann scharren die Leute, die er liebte, was er liebte, was er liebte, was er liebte. فرسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأبي بكر هل لا تركت الشيخ في بيته نحن نأتيه شوف كما جمال النبي صلى الله عليه وسلم فيقول سيدنا أبي بكر للصديق لا هو أولى أن يأتيك يا رسول الله فأسلم ومسح على صدره صلى الله عليه وسلم وأسلم وحسن إسلام ده والد سيدنا أبي بكر للصديق وقد فرح الرسول كثيرا بإسلامه وجاءه رجل يرتعت خوفا فقال عليه الصلاة والسلام هون عليك فإني لست بملك إنما أنا ابن امرأة من قريش كانت تأكل القديد القديد ده كان أكل الفقراء اللي هي اللحمة اللي هي مقددة يعني مجففة في الشمس كان يستعملها الفقير لكن الغني كل ما يجوع يدبح طازة بطازة كده على طول فاللي يأكل القديد ده يبقى فقير فالرسول صلى الله عليه وسلم لأنه كان مغطى بالهيبة جاءه رجل ارتعد من شدة هيبة النبي صلى الله عليه وسلم فقال لو هون عليك إن ابن مرأة كانت تأكل القديد بمكة لو كان فيك زرة من الكبر افتكر تواضع النبي عشان تعالج نفسك من الكبر اللي في قلبك هو أفضل الخالق سيد الخالق على الإطلاق كان يأكل مع الناس ويتواضع للناس صلى الله عليه وسلم طبعا أنا في حاجة نسيت أقولها لك والنبي بيتوف واحد إيه اسمه فضالة ابن عمر بن الملوح وكان من الفرسان الكبار وكان يعني جسورا جسور يعني يعني معرفش الخوف فأخفى خنجر وعمل نفسه بيتوف مع النبي يعني المسلم يعني في الزحمة يعني وأخفى إنه هو يقتل النبي في طواف فالرسول صلى الله عليه وسلم فضالة وراه خلفه قال لو آه فضالة ما تحدث به نفسك لا شيء يا رسول الله اترعب حس أن النبي أرى لجوان قال لا شيء يا رسول الله فالنبي صلى الله عليه وسلم ابتسم ووضع يده على صدره ودعا له فبيقول والله ما أزال يده عن صدره إلا وكان أحب الخلق إليه وأسلم شوف ما كان ممكن يعمله إيه بمثل وده عارف إنه شيء للخنجر وحيقتله وهو المنتصر صلى الله عليه وسلم عشان تعرف كيف أن النبي نبي مش ملك ده نبي مش ملك كل تصرفات النبي تدل على نبوته وليس إيه من أهل الملك ده أهل نبوة عشان كده كانوا بيسلاموا على يديه صلى الله عليه وسلم أما الذين أهدر رسول الله صلى الله عليه وسلم دمهم فقد ضاقت عليهم الأرض بما رحبت طبعا كل البيان بقى الأسماء اللي هي البلاك لست اللي النبي حكم عليهم بالإعدام حتى ولو في الكعبة كل دول سمعوا أن اسمه جاء في البلاك لست دي بقى إيه مرعوب خويس ضاقت عليهم الأرض بما رحبت فمنهم من حقت عليه كلمة العذاب فقتل ومنهم من أدركته عناية الله فأسلم فعبد الله بن سعد بن أبي سرح لجأ إلى أخيه من الرضاع عثمان بن عفان وطلب منه أن يستأمن له رسول الله صلى الله عليه وسلم فغيبه عثمان حتى هدأ الناس ثم أتى به النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله قد أمنته فبايعه فأعرد عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم عشان حد يقوم يقتله فأعرد عنه بيتأخر شوي فأعرد عنه عليه الصلاة والسلام يقوم إيه سيدنا عثمان يقول له تاني أعرد تاني ثلاث مرات موارد عنه ثم بايعه فلما خرج عثمان وعبد الله قال عليه الصلاة والسلام أعردت عنه ليقوم إليه أحدكم فيضرب عنقه فقالوا هلأ أشرت إلينا فقال لا ينبغي لنبي أن تكون له خائنة الأعين صلى الله عليه وسلم خائنة الأعين وأما عكرمة بن أبي جهل فهرب فخرجت وراءه زوجته وبنته عمه أم حكيم بنت الحارس بن هشام وكانت قد أسلمت يوم الفتح وقد أخذت له أمانا من رسول الله سلام زوجته وبنت عمه راحت اللي كانت اسمها إيه اللي اسمها أم حكيم بنت الحارس زوجته وبنت عمه راحت لرسول الله قالت أمن لي يا رسول الله عكرمة لو جاءك معتزرا فقال هو آمن فراحت جريت وراه وكان رايح أرب سحل البحر عايز يرمي نفسه في البحر يغرأ يعني رايح ينتحر في البحر كويس وقد أخذت له أمانا من رسول الله سلام فلحقته وقد أراد أن يركب البحر فقال جئتك من عند أبر الناس وخيره لا تهلك نفسك وإني قد استأمنته لك فرجع ولما رأىه عليه الصلاة والسلام وثب قائما فرحا به وقال مرحبا بمن جاءنا مهاجرا مسلما ثم أسلم رضي الله عنه وطلب من الرسول صلى الله عليه وسلم أن يستغفر له كل عداوة عاداه إياها فاستغفر له وكان رضي الله عنه بعد ذلك من خيرة المسلمين وأغيارهم على الإسلام وأما هبار ابن الأسود اللي هو نخس النقى بتاعت سيدتنا زينة بالأمتلك عليه في الأول وأما هبار ابن الأسود فهرب واختفى حتى إذا كان رسوله صلى الله عليه وسلم بالجعرانة بالجعرانة دي فين ده بعد غزوة حنين وغزوة حنين جاء بعد فتح مكة وكان النبي في الجعرانة سابهم يجمعوا الغنائم ورح هو يعمل عمره من الجعرانة حتى إذا كان رسوله صلى الله عليه وسلم بالجعرانة جاءه مسلما وقال يا رسول الله هربت منك وأردت لحق بالأعاجم ثم ذكرت عائدتك وصلتك وصفحك عمن جهل عليك وكن يا رسول الله أهل شرك فهدانا الله بك وأنقضنا من الهلكة فاصفح الصفحة الجميل فقال عليه الصلاة والسلام قد عفوت عنك وأما الحارث بن هشام وزهير بن أبي أمي المخزومي فأجارتهم أم هانك لأنهم كانوا أقارب زوجها أم هانك أخت سيدنا علي بن أبي طالب أجارت لاتنين دول لأنهم كانوا أحماءها يعني أقارب أقاربها من ناحية الزوج حتى هي أجارتهم سيدنا علي قال لا والله يقتلهم راحت إيه ستنا أم هانك لرسول الله تشتكي إيه سيدنا علي بن أبي طالب فقالت يا رسول الله علي بن أمي يريد أن يقتل من أجارته فقال لا صلى الله عليه وسلم أقد أجرنا من أجرتي يا أم هانك صلى الله عليه وسلم وأما الحارث بن هشام وزهير بن أبي أمي المخزومي فأجارتهم أم هانك بنت أبي طالب فأجاز عليه الصلاة والسلام جوارها ولما قابل رسول الله صلى الله عليه وسلم الحارث بن هشام مسلما قال الحمد لله الذي هداك ما كان مثلك يجهل الإسلام وقد كان بعد ذلك من فضلاء الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم جميعا وأما صفوان بن أمية فاختفى وأراد أن يذهب ويلقي نفسه في البحر فجاء ابن عمه عمير بن وهب الجمحي وقال يا نبي الله إن صفوان سيد قومه هرب ليقذف نفسه في البحر فأمنه فإنك قد أمنت الأحمر والأسود فقال عليه الصلاة والسلام أدرك ابن عمك فهو آمن فقال أعطني علامة طب أديني علامة أمر عشان يطمئن فأعطاه عمامته فأخذها عمير حتى إذا لقي صفوان قال له في ذاك أبي وأمي جئتك من عند أفضل الناس وأبر الناس وأحلم الناس وخير الناس وهو ابن عمك وعزه عزك وشرفه شرفك وملكه ملكك قال صفوان قال صفوان إني أخافه على نفسي لسه بردو خايف عليه قال هو أحلم من ذلك وأكرم وأراه العمامة علامة الأمان فرجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال لو إن هذا يزعم أنك أمنتني قال صدق قال أمهلني بالخيار فيه شهرين طب أديني فرصة شهرين كده لما أشاور عالي أسلم ولا لا طبعا انت عارب بعد فتح بعد غزوة هوازن الرسول صلى الله عليه وسلم أجزل له العطاء فأسلم كان من أن لف قلوبه قال أنت بالخيار فيه أربعة أشهر مش شهرين كمان هندي لك أربع شهور ثم أسلم رضي الله عنه وحسن إسلام وأما هند من تعطبة اللي هي زوجة أبي سفيان أم معاوية ابن أبي سفيان وأما هند من تعطبة فاختفت ثم أسلمت وجاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فرحب بها وقالت له والله يا رسول الله ما كان على الأرض أهل خباء أحب إلي أن يذلوا من أهل خبائك ثم ما أصبح اليوم أهل خباء أحب إلي أن يعزوا من أهل خبائك يعني صار النبي أحب الناس إليه وهي التي بايعت النبي بعد ذلك انت عارف بايعة النساء لما وصل النبي صلى الله عليه وسلم لقوله ولا تزنون قالت أتزن الحرة يا رسول الله هي المشهورة بهذه القولة الشهيرة قالوا لبعضها على طول فهمت إزاي كأنه فتح قناة فضائية بمفهوم الزمن بتاعهم وقاعد طول النهار يزم فيها النبي ويقدح في النبي ويقول الشعر الذي يزم النبي صلى الله عليه وسلم فكعب بن زهير لما داقت عليه به الأرض ولم يجد له مجيرا رح له أخوه بقى وأخوه كان برضو شاعر زيه وكان مسلم قال له يا كعب رح للنبي صلى الله عليه وسلم بيقبل عذر الناس حتى رح للنبي في المدينة مش في مكة فهذا الأربعان لحد ما النبي رجع للمدينة وذهب للنبي في المدينة على أي حال مقادية إسلام سيدنا كعب بن زهير نؤجلها لأننا هنقول بعض نمازج من قصيدة بناة سعاد التي قالها متحن في النبي عندما قابل النبي صلى الله عليه وسلم وهذا إن شاء الله في المجلس القادم اللهم علمنا ما انفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين أمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله سبحانك اللهم وبحمدك نشهدها الله إلا أن نستغفرك وانتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة